lustig lustig kralalala bald ist weihnachten wieder da bald ist weihnachten wieder da da ist so ein anti weihnachten mensch wieso und daumen runter nach dem weihnachtsding ich bin ja auch noch nicht sicher das ist halt sehr das brot keine ahnung was es sein soll ich weiß nicht wie das geschrieben wird nein was ich nicht so das ist nicht übrigens ach so leck mich das schreibe ich jetzt nicht mehr einer pannenbänder ja geil war mein sport richtig wenigstens basti du weißt das doch oder war meins richtig gut leute das ganz easy gut ich kann leider nicht malen aber kann man eigentlich schon erraten jetzt schon ja ja ich hasse dich jetzt ist gezeichnet auf jeden fall nicht so schief du darfst ihm jetzt keinen tipps geben ok ich bin dafür wir geben nur noch tipps wenn wirklich beide leute nicht mehr drauf kommen wenn eine drauf gekommen ist hören wir auch mit tipps da bin ich für ja weil es halt na danke für die 80 punkte basti ich hatte gerade william shakespeare als möglichkeit du musst doch du mit todenkopf in der hand malen da wäre basti doch never drauf gekommen ja ist mir doch scheißegal als ob du richtung geschrieben hast richtung rapune oh man die rapune die rapune die rapune bau noch ein paar haars ein es fängt mit h an basti das ist ein tipp und das heißt nicht rapune jetzt haben wir auch wieder tipps gegeben leon ja uns vor allen dingen ich wusste gar nicht was das wort ist du wusstest zumindest nicht dass es rare pude geschrieben wird die antwort kann nicht immer kühlschrank sein das wort das wir suchen ist schon im bild oder ja ja ok ich mal ein pfeil drauf bist du sicher dass du das richtige wort angeklickt hast ja ich hab keine ahnung wie sollen die scheiß blumen heißen das ist ganz simpel jetzt basti lass nicht nachdenken ich muss die blumenarten durchgehen die ich kenne wo der gänseblümchen das ist das nicht guter blümchen die butterblümchen sind glaube ich gelb ja nicht deswegen heißen ja auch guter blümchen ja flora ist echt nicht meinst du ja aber gänseblümchen ist schon also da hätte man drauf kommen können schon das stimmt aber das stimmt aber was was das ist mir in zwei wörter hey also ihr kennt dass das ein vogel ist oder ja ok naja er hat nur als gewusst hast du die stelle jetzt nicht an die falsche stelle gemalt ja doch könnte sein egal wir machen das jetzt heute mal andersrum hier die flangen sind auch nicht so meins die flangen sind auch nicht so meins die flangen sind auch nicht so meins nein mann was sagst du denn da das wort nicht richtig schreiben ach mann das ist jetzt später warum gibt es denn SZ bei uns in der sprache alter warum gibt es kein mensch so ein scheiß ding entweder ein S oder zwei S warum brauchen wir denn SZ so ne kacke alter so ne kacke alter so ne kacke alter daumen runter fick dich nein nein ich weigere mich ich lehne ab du hast auch nen dickeren Stift ne also ich wollte es dir nur ich wollte es eigentlich nicht so dick mal egal Sonnenaufgang das ist grün bruder ja das war ganz am anfang da hätte doch rechts noch ne sonne kommen können ich hab ähm Laterne ich äh 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 national must fah aber national hätte gepasst das war einfach nur die einfachste flagge die ich jetzt mal eben zeichnen konnte ja 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 alles gut wenn man kommen durch können machen wir ja gar keinen vorwurf ja also schon insgeheim aber alles gut gleich wenn du weg bist so ist das eine bestimmte das ist ein Schwein unmöglich unmöglich so solltest niemals in die straßensicherheit gehen natürlich äh voll gut äh 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 ein weiterer Sieg für Leon nein schon doch ja äh 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 äh